Bauer 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 Leute stoppt ihr mich das ist doch nicht euer Ernst ist doch ich nicht wirklich Anna es ist bloß mit euch los also recht so viel besser verbraucht Mann die kommt hier immer durch also die kann nicht durchlaufen aber ihr Kopf ihr Kopf ist die ganze Zeit da ich weiß nicht was ich drucken soll oder was ich drucken kann ja ich hab hier ein bisschen weiter gebaut hier dieses Mal nicht mit den Stämmen so erstmal im Breivcast gucken Aua Post Pergix 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 Brieflieferung Nummer 2 Hallo Herr Gammizor heiße ich wir freuen uns dass sie ihre erste Etage von ihrem Haus bauen konnten wir dachten uns dass sie noch ein paar Möbel gebrauchen äh Möbel brauchen sorry deswegen haben wir ihnen noch welche geschickt Proost und zwei Folgen äh kommen wie nicht äh kommen die Sachen für das Rathaus liebe Grüße Mr. Trump von Trump und Gämsch 903 okay äh hab ich ach den Rest von Kartons hab ich entsorgt was hat er mir oh 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 ok das ist geplündert schlüssel schlüssel bin bodenkabin äh nicht bodenkabinett also echt okay Badewasser es gibt hier Badewasser Leute ich hab Badewasser hallo jetzt wird gebadet ähm die Pegg ist und so kann ich schön weg so ok ok brauche ich zu bauen es ist so noch was mein Baumodus war grad drin alter wieso legt es so ich hoffe im Video legt es nicht so so erstmal Kühe ein bisschen ausbauen yeah ok so warte mal hm Mikrowelle ah ne nicht Mikrowelle ah die anderen Sachen meine ich ok klar kommt da drauf so Mixer ähm das hier war es noch für die Küche ah ein Kabinett äh nicht Kabinett wieso sag ich Kabinett bitte Fernseher Nachrichten vielleicht ist es ja schon was anderes Kauksch ja ok ist ok dann lege ich mich eben so an yeah ok so kann dazu ja bester Kanal mag ich so so für draußen erstmal aua lag ja für draußen erstmal ein paar lags finde ich gut da ich finde die Tür immer nicht pretty ok ok m eine Stereoanlage die muss ich mir ähm aufstellen sofort sofort so ok Badewasser ok es kommt einfach mal rein ok passiert nichts so Mülleimer so oh komm Lisa so schön die Füße drauf ja so ist schön mag ich voll hups so ich weiß worauf ich stelle ne so Lieblingskanal ist drin ja jetzt noch da hin normal ach ja was ich noch nicht gezeigt hab ich hab doch hab ich ok geht wie gern Wasserhahn Aua ach komm ach komm man ich zu ach da auch nicht Hä wieso äh so LOL cool wenn die Welt das so will dann lasse ich sie. Okay. Einmal kurz pennen gehen. Okay. So. Sonst habe ich, glaube ich, nichts bekommen, oder? Ah, nee, habe ich nicht. Ich weiß nicht, soll ich eine Garage für einen Truck bauen? Okay. So. Es ist echt erstaunlich, dass hier noch nichts gespawnt ist. So, erst mal weg. Ich tue es mal rein. So, hier hin. Bau, 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 block, 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 stich, stich. Warte mal. Ich brauche einen Supermarkt. Yeah. Aua. So, essen. Ähm, was mache ich jetzt noch? Hm, keine Ahnung. Ich kaufe ein bisschen in mein Bay ein. sehr gut. Das, das. Mann, alles so teuer. Ich habe kein Geld. Aua, 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 tut das weh. Warte, Karin, nee, nee, gibt's nicht. Danke. So, kann alles wieder drin. Okay, Leute, die Folge ist in 20 Sekunden normal vorbei. Also, ja, ich hoffe, man kann mich hören. Keine Ahnung, weiß nicht. Durchdrehen vor den kleinen Kindern weg. Ich guck erst mal, wie man Toast macht. Also gleich Folge vorbei. Toast, Toaster, Sandwax, Toast. Achso, Krümel. Äh, Krümel. Einfach ein Brot. Was kann ich damit machen? Ähm. Das ist eindeutig nicht vom Ding. Oh, Crafted? Nee, kann man nicht craften. Was soll das von Deko? Aha. Hm. Ja, Leute, ähm, das war's mit der Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht keine Kaki. Bis zum nächsten Video. Und ja, Leute.